Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Mein Lieblingsspiel Ähm, wir müssen hier etwas vorsichtiger vorgehen Und zwar muss ich wieder so im richtigen Moment drücken Ich hoffe das geht Ja, gehen weg Äh, ich warte lieber noch einmal Alright Jetzt muss ich Ihnen ein Zeichen geben Also wir müssen jeden durchbringen Kreistaste ist bei mir X-Taste Gut Wenn ich einen Fehler mache Fahnt alles von vorne noch Das ist der Scheiss Gut Am tiefen Jetzt, äh, ja schaut das mal an Das ist doch lässig, gell? Gut, sie laufen, oder? Okay Du bist so dick Dass sie dich nicht sehen, oder? Nein Oh Komm Nein Oh Alright We did it Erstmal Voll geil Genau Jetzt geht Party los Teufel ist weiss Remix Wir könnten theoretisch auch im Stegenhaus rauf lassen Aber wie ihr seht, ist hier die Tür geschlossen Und das ist das Wichtige, weil wir dort wieder raus können Jetzt haben wir auch irgendwo einen Typ Genau Äh Ich bin neu, ja, ja Ein Ding beibringen Aha Okay Ich habe schon gedacht, ey Ja, das weiss ich doch Das ist doch klar Also eben, wir brauchen jede Jede Codekarte Gib mir sie Gib mir sie Ah, genau Reparaturabteilung Voll Okay, ja Sehr schön Danke So haben wir es gerne, ne? Alright So, jetzt hier Könnten wir einen Code herausfinden Und zwar Müssten wir da gut Zahlen und so Und Buchstaben auseinanderhalten Und überhaupt Aber äh Hart Der Herr Domino Das ist der Bürgermeister von Midgar Sehr schön Da ist dann die nächste Karte Und eben Wir könnten theoretisch das so herausfinden Indem wir gehen Bücher lesen Und dann so Zahlen verbinden Ich mache es einfach so Ich mache mir einen Quick Save Besser gesagt ein Safe State Und dann probieren wir das einfach aus Weil es ist meistens Mako Oder Bombe Zu dem Grund Probieren wir einfach das Äh, ja Eben Er ist recht gefrustet Und so Und wenn ich das Pass vor der Ratte Kommen wir es einfach rüber Und das Spezialobjekt will ich eben Und das Spezialobjekt will ich eben Also Ich probiere einen Mako Jep Genau das will ich Ja He 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 Voll geil Der Rachenplan Finden wir doch lässig So Substanz Was haben wir denn da Feuer Ja Blitze alle wir eben Auf jeden Fall Wollen wir das Ausrüsten Dann habe ich jetzt Feuerangriff Weile Ich habe natürlich auch die Hose gegeben Wenn das Feig Immun gegen Feuer ist Oder sich sogar mit Feuer Feuer heilt Dann kann es auch sein Dass ich es jetzt mit jedem Normalen Schlag Und verpassen Ein bisschen heile Heile Das hier wird jetzt Ein bisschen komplizierter Theoretisch muss man es nicht machen Aber ihr Seht da Gegenstände unterliegen Und die würde ich Also Schon gerne haben Also Mhm Genau 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 Wir dürfen Drei Türen öffnen Jetzt muss ich gleich Nachlesen Willi und zu Das ist sehr kompliziert Alright Ich glaube ich habe es Zuerst Die öffnen Dann Die Dann Die Dann Dann kommen wir nämlich Da in den Raum hinein Und den Coupon anholen Plus Reinkledern Und sich da drinnen umsehen Es ist ja Wuren gefährlich Da drinnen Hehehe Gut Jetzt gehen wir Ganz ganz rechts rüber Einen kleinen Raum Komm Also Nicht dort runter Weil dort ist der Computerraum Hallo Ich bin da rein Cloud Ah eben Tch Hoshi So Das soll der Coupon B sein Genau Und dann müssen wir noch die Türen öffnen Und dann haben alle drei Gegenstände H B Und C Jetzt können wir den Computerraum Die Coupons umtauschen Und ich sage es euch Es sind wirklich gute Items Darum habe ich das auch gemacht Wenn es jetzt irgendwie zwei drei Tränke Wären Wären Pfff Braucht man nicht Oder Oder Genau Schaut das mal an Voll geil Steinen Steinen Anhänger Vier Schächte Und alle Substanz Aus dem Grund Geben wir ihm da wieder die Alle So Jetzt muss ich das schauen Vier Schächte Ja das ist so etwas Okay Sternen Anhänger Anti Gift Gib ich mal ihr Und da hat es einfach vier Schächte Die Zauberverteidigung hat es ein bisschen Aber der Rest ist recht schlecht Aber eben wenn wir da Und sie sind auch nicht verbunden Und da hat es einfach vier Schächte Und trotzdem kann es hilfreich sein Weil So Perfekt 63. Stuck Dann Gehen wir weiter in den 64. So Da können wir natürlich einfach raus Das ist normal Haha Da hat es einen Trainingsraum Einen Schlaf- und Speicherraum Genau Vielen Dank Du 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 normalerweise Safe Wäre er auch immer noch das Limitvoll ordentlich door der 11 Hilfe. So, was sagst du? Voll easy. In diesem Stück gibt es aber noch etwas zu holen. Jetzt war es da so Spind. Ähm, Phönix wieder. Und Äther, mehr gibt es auch nicht. Hast du auch genug oder? Sag ich nie nein. Stock Nummer 65. Okay, was ist da? Ah genau, die sind dann noch verschlossen. Wir müssen da mitgar, das ist so ein mitgar-miniatürchen. Es fehlt für sich in den Sektoren. So, da. Genau, das wäre dann gleich wie wir es gleiche. Ja. Wir müssen dort die verschiedenen Teile finden. Das muss man in bestimmten Reihenfolgen machen. Da haben wir Teil 1. Und erst dann werden weitere Kisten geöffnet. So. Klick. Genau, dann geht die nächste Kiste auf. Und wir können es auch immer wiederholen. Ah, endlich. Es gibt nicht mal Kämpfe. Da, 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 da. Ah, das sind übrigens die neuen Gegner noch. Wir können hier mal erkennen. Ja komm, wir brauchen jetzt halt Schwerttanz Ebene 11. Ja, viel Energie ist jetzt eigentlich nicht. Ist zwar ein bisschen überbewertet, jetzt einen Machtschlag auf den Wänden, aber du. Boom. Recht viel Schade. Das ist glaube ich der meiste Schade, den ich bis jetzt gemacht habe. 310. Geil. So. Äh. Links unten. Untere Kiste sollte doch da sein. Steht da? Ja. Na ja. Vielleicht steht da bei mir jetzt auch die falsche Reihenfolge. Ah, anscheinend schon. Tja. Whatever. Haha. So. Ja, ich weiss. Klack. Gut. Die hat jetzt blinkt, ne? Ah, da. Dann folgst du wirklich rein. Ah, nein. Die andere blinkt auch. Haha. Weiss, ein bisschen per Zufall gerade. So. Ist das Sub? Hm. Klack. Und jetzt ist es auch die oder eine andere? Ah, es ist die. nur vier Teile eigentlich. Klack. Ah, ist das der Sektor 7, der hier kaputt ist, hm? Es sieht nämlich nicht aus, ob da ein Teil fehlt, sondern ja. Es ist einfach kaputt ist. Oho. Fight. Es ist einfach so ein Pussyroboter gewesen. Einer, der mit einem Blitz fertig machen kann. Also. Nix der Reden wird. Das sollte der letzte Teil sein. Dann können wir die äh, äh, Kisten dort öffnen. Ich frage mich, was das für Sicherheitsvorkehrungen sind, aber du. Ist halt Schindra, gell? Es ist auch noch spannend. Da rein sieht das Seil aus, aber wenn man draussen steht, sieht es immer noch kaputt aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 6, ja. Es muss ein Siebner sein, oder? Ich meine, das ist der einzige, der kaputt ist. Und wir haben noch nicht. Codecard S66. So. Seht ihr dort links? Präsident Schindra, Zeng. So eine Frau. Haha. 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 Ja, ja. Da laufen die höhen Mitglieder von Schindra. Ist eigentlich nicht so wichtig. Und dort auch der Habegger. So. Wir müssen ein bisschen spülen. Spülen. Natürlich. Und hochkledern. Sei klar, oder? Höh. Klick. Und Sniggy Music. Das ist mal still. Ah, der Reef ist das. Okay. Oh. 10 Millionen Geld. Scheisse. Ja. Äh. Was? Neomitgar. Okay. Okay. Aha. Er will das verheißene Land und anscheinend ist das alte Volk. Hm. Oh. Kossätze erhöhen. Oh. Mann. Haha. Palmer. Das ist der braunen Anzug. Das ist die Scarlet ist die Frau. Haha. Das ist cool. Oh. Mann. Haha. Okay. Ja, ja. Passiert. Herr. Ich bin schon. Oh. Mann. Ich bin schon wieder. Krass, oder wie der umgeht. Oh Mann. Es ist so übel eigentlich. Mhm. Bäre du sagst es. So eine Nazi-Gesellschaft, Ah, hoi-oh! Mutter, ich fall noch. Oh-oh! Der Text fies aus. Schaut mal seine Stirn an. Was? Gen-Experiment und so? Mutter! Ja-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Man hört das Lachen gerade, wie der Lacht der Fiesse her. Okay. Besprechung ist fertig. Oh, hast du es gesehen? Ich glaube, das war auch ein Übersetzungsfehler, eigentlich hätte Scarlett sagen sollen. Etwas stinkt da. Genau. Ja, sie haben über Aerith gesprochen. Genau. Wir gehen ihnen an, also sprich einfach I'm. Nein, geh weg. Rückwärtsgräuchen wieder. Und zwar am Ho-Yo gehen wir hinten rein. So. Jetzt erreichen wir hoffentlich bald Aerith. Wo ist er? Dort ist er. Okay. Aber Leute, was im 67. Stück passiert. Werden wir es das nächste Mal sehen. Ich beende den Part ein bisschen früher. Ich hoffe ihr habt Spass gerade daran. Die Geschichte geht weiter. Ich hoffe, wir können Aerith noch retten. Und ob wir sie retten können, sehen wir das nächste Mal. Peace.